Ich höre ihn noch nicht. Den Smokeweed Trap. Bong Trap! Also hier, hier. Hier direkt über mir. Oder unter mir. Aber nicht hier auf der Ebene. Genau hier. Okay, das ist ein Bug. Der zeigt es mir aber als Clip Trap Rettung an. Ja. Die ist hier irgendwo, aber sie ist nicht... Aber der Markierung, dass ich erinnere mich im Singleplay, als ich hier war. Okay, cool. Hauptsache mal hier rumgepäppelt die ganze Zeit. Aber dann werden wir... Wir hören ja sowieso. Mr. Mimimi. Ja, ja. Ich meine... Ist auch noch was zu aktivieren. Hier ist einer im Käfig. Und den kann man nicht rauslassen. Ah, hier geht es wieder weiter. Vielleicht spawnt der auch erst, wenn wir hier mit der Mission fertig sind. Das ist einfach nur... Ja, das kann natürlich gut sein. Ich glaube, dass er die... 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 Die Schwester anstreckt, obwohl sie noch ganz da ist. Soweit ich weiß, müssen wir hier später auch noch ein bisschen bringen. So, das war jetzt der zweite Schlüssel. Dritte fehlt noch. Die Rauchsignale haben wir auch noch nicht alle gelöscht. Okay. So, Tresor gefunden. Zum Glück ist er markiert auf der Karte. Man, da müssen wir aber jetzt echt lange suchen, bis wir den finden. Auf jeden. What the fuck? Wahrscheinlich ist er einfach am Anfang da, wo wir auch die Dings gefunden haben, oder nicht? Die Leichen. Kann schon sein. Oder nee, die waren in seinem Haus, glaube ich. Das X markiert das Ziel nach Common Rusts East. Aber, zuerst haben wir hier noch eine Mission offen. Und zwar die Rauchsignale löschen. Ähm, was geht mit der Musik? Warum ist die Musik escalating as fuck? Weil die tausend Gegner sind. Okay. Ich sneak mich von hinten rum ran. Oh, hey. Der ist badass, Alter. Oh, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das war's für heute. 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 Super, so was habe ich noch nie zuvor gesehen. Das war's für heute. Ja, jetzt schon, klar. Jetzt muss sie noch da, aber... No one cares. Also hier sind sie. Warte, ich bin... Warte, ich bin... So, enough. Let's go. Let's go. Let's go. Ich bin mir sehr sicher, dass ich irgendwas gefunden habe, was deutlich besser ist. Oder auch nicht. Dutch hätte eine Schrotze gefunden, die besser ist. Das ist eine Snap, okay. Ah, Support Machine Gun. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Klauen wir uns eine Karre. Yay. Ah, die ist gelb. Lame. Lame. Es ist nicht auch diese Map, ne? Oder? Was war das? Ne, doch. Okay, weil... Das ist so weit weg, aber gut. Das ist eine große Map. Ne, nicht so weit weg. Ich meine außerhalb vom Gebiet, was die Map anzeigt. Aber wahrscheinlich, weil es ein Sekret ist, ne? Ja. Aha. Moink. The fuck did you do? You did that, or what? Da war ne Lücke. Ja. Da war ne Lücke, auf jeden. Oh, hey. Was ist da drin? Ah. Allerdings ist das wie Weihnachten. Hallo, darf ich wenigstens mal vergleichen? Ja, aber nicht hier in der Klippe, warte. Warum? Weil du wieder runterfallen willst. Nein, falls ich die jetzt rauswerfe. Nicht, dass die wegfallen, rutschen. Nur das, die Snipe ist mir egal. Angry Shotgun, alter. Die ist so angry. Alter, was ist jetzt los? What the fuck? Ah, okay. Keine Ahnung, was das gerade war. Musst du dir nicht klippst, guckst du dir nachher, mal. Ja. 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 Arbeiter, Urusson. So, what next? Ja, Jane ist Town, Bruderliebe. Ja, oder New Haven erst abgeben und gucken, ob es Folgequests gibt. Das können wir auch machen. Laguna ist in einem Menü. Jetzt? Ja, was? Ich bin nur ausgestiegen. What the fuck? Weg-teleportiert. Fuck, joi. Island. Beförderung! Beförderung! Oh, das war eigentlich blöd. Ja, gut, dann muss ich nochmal umskillen. Egal, was soll's. Was? Folgequests. Ich bin jetzt im Menü. Okay, keine Folgequests. Also, wieder Hauptquests. Sehr schön. Jane ist Cop-Töde. Give me Carbisch. Garbisch! Ja, dann wollen wir mal, man. Los, weg hier! Das halte ich von eurer Kirsche. Na. Wir wollen ja nicht hier, dass die Ratings wie bei dem einem Fuck-Krei-Video werden, ne? Ja, ja. Oh, der Alien Isolation. Ja, aber immerhin so generiert du mir Klicks, ne? Ja, aber ich meine, das ist doch irgend so ein kranker Kult, der hier abgeht, nicht? Ja, ne. Dann fragt man, was auch irgendein kranker Kult, der abgeht. Ja, stimmt. Leute lesen den Titel und dann, äh, hatten sie schon entschieden, ob ich das weggehebe oder nicht. Klar, das ist normal. Ich hab was für dich. Meine Shotgun in deinem Gesicht. Das ist aber nett von dir, es sind schon Weihnachten. Beste Geschenk ever. Ich mag mal dem, den hat's auch gefallen. Dem auch. Das Jane ist Cop. Jane ist dead. Ja, da können wir eigentlich auch gehen, ne? Die geben wir keine Penne. Ja. Sehe ich auch so. Kack auf die anderen. Äh. What happened? Du hast das Auto weggesprengt. Ich hab's genau gesehen. Weiß nicht. Ja, ja. Der unsichtbar wird und dann explodiert. Klar. Au. Au. Und da, der wir unsichtbar wird und dann, wenn wir unsichtbar wird. Wirkliche. Wirkliche. Wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du oder? Du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du,, wenn du, wenn du, m Richardson Haus besitzt. Untertitelung des ZDF, 2020